Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was zum Teufel soll das eigentlich sein? Jetzt immer ganz im Ernst, was für euch vielleicht ein bisschen wie eine Mischung aus neuer Hip-Hop-Beat oder Dubstep geklungen hat. Nein, das habe ich hier in meinem brandneuen Gesangsbuch gelesen. Jungos Gesangsbuch, also wenn das ein Colt ist, dann erklärt das natürlich einiges. Das ist dann tatsächlich im wortwörtlichen Sinn ein Colt für alle Fälle. Einer, den man zum Abknallen verwenden kann, aber auch einen, den man mit anderen Mitteln dazu verwenden kann, um Leute zu verjagen. Jungos, ein Gesangsbuch war der Colt, ist meiner Meinung nach immer noch einer der coolsten deutschen Western-Titel, die jemals veröffentlicht wurden. Gut, es gibt dann natürlich noch ein Leckstaub von meinem Colt oder einer der besten Filmtitel aller Zeiten, Sartana, noch warm und schon Sand drauf. Ja, der gute alte Italo-Western hatte einige Dinge für uns zu bieten und das ist natürlich ein Genre, was zwar grundsätzlich jetzt irgendwie nicht ganz meinem Standardgeschmack entspricht, aber trotzdem jetzt von Arrow-Video geehrt wurde und natürlich demnach auch wieder in meine Sammlung eingezogen ist mit einigen Titeln, die mich durchaus interessieren. In den Vengeance Trails kann man sich natürlich schon ungefähr vorstellen, wie das hier zugeht bei diesen vier klassischen Western, die hier von Arrow-Video veröffentlicht wurden. Und ja, wir haben hier vier bekannte Regisseure, Lucio Fulci, Maurizio Lucidi, Massimo Dallamano und Antonio Margariti, wobei natürlich, wenn ein Film Massacre Time heißt, wir uns schon ungefähr vorstellen können, von welchem der vier Regisseure gerade dieser Film stammt. Aber bevor wir uns die eigentliche Box anschauen können, werfen wir hier noch einmal einen Blick auf das Backcover, damit wir das eben entfernen können, obwohl, ganz ehrlich Arrow, warum druckt ihr die Infos extra auf ein Zettel, wenn ihr dann das Backcover trotzdem nicht nutzt? Das ist irgendwie komplett verschenkte Liebesmüh. Aber wir finden eben da einige Informationen rund um die Filme, beziehungsweise ganz besonders eben um die Inhalte auf den vier Discs. Wahnsinnig viel Bonusmaterial ist da nicht enthalten. Dafür können wir uns aber eben zusätzlich zu den Discs natürlich auch noch über ein Booklet mit weiteren Informationen und Texten freuen. Aber, ja gut, ich gebe es trotzdem weg, weil es mir ein bisschen im Weg ist. Wir blicken jetzt einfach einmal auf das Frontcover, gezeichnet übrigens von dem großartigen und talentierten Jill Ranks, der natürlich auch vor allem in Zusammenarbeit schon mit Arrow Video, beziehungsweise mit Wicked Vision einige fantastische Motive hier abgeliefert hat. Und ich mag irgendwie, wie wir hier die vier Hauptcharaktere eben aus diesen Filmen um diesen explodierenden Feuerball sehen. Ja, natürlich sind es diejenigen, die da in den Sonnenuntergang reisen. Aber das wirkt weniger wie ein Sonnenuntergang, sondern mehr wie eine Kernfusion. So, anyways, das Ganze wirkt schön heiß, schön sandig, schön staubig. Und ich mag auch irgendwie diese vier Blutspuren, die da quasi von den vier Reitern der Apokalypse weggehen, bei eben diesen Rache-Western. Und eine generell recht schön gestaltete Box halt eben mit der Ausnahme von was auch immer das da hinten soll. Massacre Time übrigens, wenn wir gleich einmal beginnen mit diesem Film von Franco, äh, mit Franco Nero und George Hilton, ist übrigens tatsächlich der Film von Lucio Fulci. Was für eine Überraschung. Ist übrigens auch der Film, sein Gesangsbuch war der Colt. Hierzulande unter diesem Titel, ähm, veröffentlicht im Englischen, aber unter Massacre Time bekannt. Was aber tatsächlich keine reißerische Übertreibung war, weil der Originaltitel Tempo di Massacro kann ich selbst ohne ausreichende italienische Kenntnisse so weit übersetzen. Großartiges Cover-Artwork finde ich hier wunderschön gezeichnet. Das nehme ich einmal an, ähm, originale, ähm, Motiv, beziehungsweise vielleicht auch eines, ähm, das, nein, Two Choices of Original Artwork. Genau, was wir hier sehen. Außerdem natürlich dann hier noch ein paar Infos rund um den Film, beziehungsweise die Ausstattung auf diesen Discs. Das Ganze liest sich hier weitaus, äh, umfangreicher und weitaus cooler als noch auf dem Backcover von der Box. Aber wir schauen jetzt dann einmal ins Innere. Da gibt es einerseits natürlich etwas, ähm, Werbung zu einem anderen Arrow Release. Außerdem hier noch eine schöne Zeichnung. Ich nehme an von Jill Ranks, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier mit Massacr-Time eben ein alternativer, ähm, ein alternatives Plakatmotiv, das ebenfalls damals verwendet wurde. Auch ein sehr bekanntes Motiv. Ich mag irgendwie die Tatsache, dass das Pferd das eh schon weiß, was ihm in solchen Western dann irgendwann einmal blüht. Ähm, schon versucht aus dem eigentlichen Plakatmotiv raus zu flüchten und aber trotzdem Frank and Nero relativ cool aussieht. Wir schauen einmal zum nächsten Titel. Dabei handelt es sich dann um, äh, den Film My Name is Pecos, a.k.a. Johnny Maddock mit Robert Woods von eben Maurizio Lucidi. Ein Film, der von Koch das erste Mal in der Italo-Western-Enzyklopädie Nummer 3 erschienen ist. Aber zuvor im deutschsprachigen Raum eben auch schon als, ähm, im Kino gelaufen ist, beziehungsweise als VHS-Kassette veröffentlicht wurde. Ein Cover-Artwork, das hier eben dem, dem klassischen, zusammen ausgeschnitten und zusammengeklebten Look entspricht, der mir persönlich jetzt nicht sonderlich zusagt. Ich mag's da eben, wie man weiß, reißerisch und gezeichnet. Aber wir haben dann eben hier auch auf dem Backcover ein paar Infos rund um den Film, beziehungsweise den Release. Und können im Endeffekt dann noch nach innen schauen. Da gibt's sicherlich eben neben dem klassischen, äh, neu, also dem neu gezeichneten Motiv noch ein weiteres Motiv zu dem Film. Das ist auch das Hauptmotiv, das, ähm, in der OFDB eingetragen war, ähm, eingetragen ist. Und offensichtlich das alte deutsche Kino-Plakat-Motiv zu dem Film ebenfalls war. Ganz eine nette Sache, aber wie gesagt, äh, Cover-Design-technisch für mich auf jeden Fall deutlich schwächer als das, was uns Fulci geliefert hat. Weil, well, Massacertime und reißerisch und gezeichnet. Aber sogar Massacertime, interessanterweise, von der, ähm, BBFC mittlerweile ab 15 Jahren freigegeben. Wie auch alle anderen Filme in diesem Set. Zum Beispiel eben Bandidos von Massimo Dallamano. Ähm, ein Film, wo Luigi Pistilli, ähm, als Schauspieler auftritt. Und wir damals natürlich ebenfalls im Kino eine, ähm, Aufführung von Konstantin hatten, wo es eine DVD von Star Media und, ähm, New gab. Wobei die New-Version laut OFDB sogar nur geschnitten ist. Aber auch ein Film, der eben bislang noch in keiner Version in meiner eigenen Sammlung war, was ich, äh, damit jetzt eben geändert hab. Finde ich ein recht cooles, gezeichnetes Motiv. Auch wenn es natürlich nicht genau meinem Stil entspricht, hier einfach nur ein, äh, quadratisches Bild zu haben und dann drunter den Filmtitel zu klatschen. Da mag ich's lieber, wenn das gezeichnete Motiv das ganze Cover ausnützt. Aber dafür ist es zumindest schön gezeichnet, macht irgendwie einen recht coolen, ähm, atmosphärischen Eindruck. Hinten dann natürlich eben, wie gewohnt, dann, ähm, Inhalt zum Film, Inhalt zu dieser Blu-Ray. Und dann im Inneren schauen wir uns natürlich noch einmal neben eben der, ähm, Zeichnung hier eben sehr schön passend. Auch zum, äh, zum Box-Design hier mit einer anderen Farbgebung. Ein alternatives Motiv. Ach du Kacke. Warum, ähm, gehe ich davon aus, dass das irgendwie der, äh, das alte deutsche Poster-Motiv war? Die waren ja gerne einmal mit diesem, mit diesem ganz furchtbaren, ähm, fetten weißen Rahmen, wo man sich wirklich dachte, okay, passt, weil ich hab keinen Bock zumindest so zu tun, als hätte ich das genau ausgeschnitten. Wurscht, dann machen wir die Rahmen einfach noch fetter, dann glaubt jeder, das ist so gewollt. Potesslich, aber irgendwie mit diesem orangenen Look und vor allem eben dem orangenen Backcover ganz nett gemacht für diese Box. Last but not least. And God said to Kane mit Klaus Kinski hat den alternativen deutschen Titel Satan der Rache. Ist bereits in einigen, ähm, deutschen Versionen erschienen. Alle DVDs waren ungekürzt, alle Videokassetten waren gekürzt hier. Mit einer, äh, recht schicken Version von, von, ähm, Klaus Kinski im Vordergrund, der aber ein bisschen ausschaut. Da ist keine Ahnung, würde er gerade dieses Terp-Face machen oder, mein ganz ehrlich, so zu deutlich hätte man das Doppelkin nicht mitzeichnen müssen. Und das hätte sie durchaus da sparen können, der Herr Künstler, aber vor allem eben mit diesem, äh, mit diesem Aufmarsch der Reservoir Dogs da im Hintergrund irgendwie auch ganz nett gemacht. Können dann hier natürlich auf dem Backcover die üblichen Informationen, ähm, über diesen Release und über den Film finden. Drinnen dann eben einerseits natürlich eben auch hier das, ähm, gezeichnete Motiv von Jill Ranks und dazu dann hier das alternative Motiv, das übrigens wieder dem alten deutschen Kinoplakat entspricht. Damals eben mit dem Titel Satan der Rache, ich kann diesen Titel echt nicht oft genug sagen, der ist einfach geil, ähm, aber halt eben hier nur ein Fotocover und kein gezeichnetes, demnach auch nicht unbedingt meinen Geschmack treffen. Aber, jetzt wird's natürlich spannend, ähm, weil bei vier Filmen, ähm, interessant, für welche man sich postertechnisch entschieden hat. Das eine ist hier das alte, das alte, original italienische Kinoplakat zu Fulchis Massacertime und auf der Rückseite ist dann eben auch das alte, äh, italienische Plakat zu, ähm, Bandidos, aus, dass eben hier das Keepcase-Cover war. Interessant, die anderen beiden Filme können dann quasi scheißen gehen. Dafür hat man aber bei dem Release ein wirklich doch überraschend dickes Booklet, muss man sagen, mit 50 Seiten. Aber Arrow hat dieses Mal einfach nur, ähm, ein dünneres Papier, nämlich ein wirklich dünnes Papier, normal dickes Papier eigentlich verwendet, weswegen das Booklet fast sträflich dünn wirkt. Dafür hier aber noch eine wirklich, wirklich schöne Coverzeichnung, ebenfalls von Jill Ranks, nehme ich mal an, von, ähm, vom Stil her. Absolut wunderschön finde ich irgendwie dieses Bild, sogar diese Art, äh, wie irgendwie in seiner Brust dieses Pferd aufleuchtet, wie ein Krebsgeschwür. Ähm, das ist seltsam, aber egal. Ähm, bekommen da ein paar Informationen eben noch zu den Filmen von Howard Hughes, der eben hier zu allen vier Filmen noch Texte beigesteuert hat. Können natürlich an der Stelle auch durchblättern, ähm, das Ganze wieder sehr fein mit diesem, äh, bräunlichen Hintergrunddesign gehalten, wo dann eben die Texte drauf sind. Noch natürlich keine Zeit dafür gehabt, äh, die Texte durchzulesen, zwischen eben ein paar Bilder aus dem Film. Wir kennen es ja, wie Arrow das macht, aber ich finde es ist auch diesmal vor allem eben mit diesem, mit diesem cool kreativen Rahmen rund, äh, um die Bilder, die da eingebaut werden. Eigentlich recht cool gemacht, freue mich über den Release durchaus, obwohl, ähm, Italo Western jetzt eben nicht gerade mein persönliches Lieblingsgenre sind. Aber, wie heißt so schön, erstens, was nicht ist, kann ja noch werden. Und zweitens, als Filmesammler braucht man natürlich eine umfangreiche, ähm, Sammlung an verschiedenen Optionen. Und das ist definitiv ein cool gestaltetes Set, vor allem eben mit wirklich schönen Artworks von Jill Ranks.